16 engagierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit besonderen Qualifikationen und hohem Potenzial werden im Talentprogramm der Salzburg AG unterstützt und gefördert. Die potentiellen Führungskräfte von morgen werden in persönlicher und fachlicher Hinsicht unterstützt. Ziel ist eben wirklich die Talente zu begleiten, sie vorzubereiten oder in ihren Jobs, die sie heute schon machen, einfach bestmöglich zu unterstützen. Und so ein Programm ist für die Salzburger AG total wichtig, weil wir natürlich unsere Talente im Haus entwickeln wollen und das bestätigt natürlich dann auch zu bleiben und wirklich in der Salzburger AG sich weiterzuentwickeln. Das Programm startet im Herbst 2023 und dauert eineinhalb Jahre. Ein wissenschaftlicher Begleiter unterstützt die Seminarreihe. Meine Aufgabe ist erst einmal die Konstruktion der Seminarinhalte. Das heißt, welche Seminare bieten wir eigentlich an und warum? Und da bin ich Sparingspartner von Herrn Gerner. Die Frage ist also, welche Kompetenzen wollen wir eigentlich fördern? Was macht eine potenzielle Führungskraft aus? Was braucht ihr an Handwerkszeug? Also erst einmal die Konstruktion, dass es ein konsistentes Bild ist. Das zweite ist Blattdurchführung. Da bin ich natürlich Ansprechpartner jeweils, wenn es Fragen gibt, Abstimmungsprobleme gibt. Und drittens natürlich auch bei der Evolution, dass man nachher sagt, okay, wie war es denn eigentlich und wie kann man das Programm weiterentwickeln? Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von externen und internen Persönlichkeiten mit Trainings bzw. Seminaren, Coachings, Mentoring und einer interdisziplinären Projektarbeit gefordert und gefördert. Es erwartet Sie wirklich ein tolles Programm mit sehr viel Rahmenprogramm, wie Kaminabende zum Beispiel oder einen guten Einblick ins Unternehmen mit Exkursionen. Und es ist uns dabei einfach wichtig, die Schwerpunkte zu setzen. Kundenorientierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Am meisten ansprechend tut mir die Vielfalt der unterschiedlichen Themenpunkte. Auf der einen Seite ist es Fachwissen, auf der anderen Seite ist es Methodenwissen und ich glaube, die Kombination macht einfach, was das ganze Programm so spannend macht. Besonders ansprechend tut mir Innovation und Veränderung. Ich finde, das sind auch Themen, mit denen die Salzburger AG jetzt in dieser Zeit sehr konfrontiert ist. Und da dann von einem Experten vielleicht neue Blickwinkel zu bekommen, das ist sicher sehr spannend. Talentprogramme sind für die Salzburger AG extrem wichtig, weil wir nämlich so unterschiedliche Talente in verschiedenen Zielgruppen einfach gut begleiten können. Und das ist dann auch toll, wenn man entwickelt wird im eigenen Unternehmen. Neue Tools, persönliche Weiterentwicklung und viel neues Wissen für den Arbeitsalltag. All das verspricht das Talentprogramm der Salzburger AG. Jetzt ist uns gerade das Talente-Programm vorgestellt worden. Das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an unterschiedlichen Thematiken, wo wir dann neben Fachkompetenz auch soziale Kompetenz oder in sozialer Kompetenz dann auch geschult werden. Und ich erwarte mir davon eigentlich persönliche Weiterbildung im Bereich vom fachlichen Methodenwissen. Aber natürlich auch die soziale Komponente darf auch nicht fehlen. Ich erwarte mir eigentlich, dass man ein Tool an die Hand kriegt. Tools, Methoden, um einfach künftige Herausforderungen besser meistern zu können. Aber auch den Blick über den Tellerrand des eigenen Bereichs hinaus, damit man sozusagen mal sieht, womit die anderen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bereichen auch beschäftigt sind und vor was für Herausforderungen die auch stehen. Wenn auch Sie sich für einen Job bei der Salzburger AG interessieren, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at slash karriere